Mit den reflektierenden Aufklebern von Salzmann können Sie Gegenstände, die Sie täglich bei sich tragen, im Handumdrehen besser sichtbar machen. Die Sticker sind aus weichem, textilähnlichem Material gefertigt und eignen sich besonders gut für Fahrradhelme, Gepäckträger, Taschen und Koffer. Auf glatten Untergründen kann die Haftfähigkeit besonders lange gewährleistet werden. Auf sehr beweglichen Stoffen wie Kleidung halten die Aufkleber jedoch nur eine begrenzte Zeit. Die silberfarbenen Sticker sind in zwei verschiedenen Sets erhältlich und sind mit hochwertigem reflektierenden Material von 3M gefertigt. Salzmann – Making People Visible Kaffee – Making People Visible исleunme